Mit dir, nur mit dir, halt dir, ja, ja, nur mit dir Eine Nacht ganz allein, auf den Inseln von Achtelwein Eine Nacht hier am Meer, komm doch bitte, Mertia, flieg mit mir Heute nach Havane, keiner so schön wie du Zu viele Fantasien in meinem Kopf, fliege nach Athen, nur um dich zu sehen Was geht, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute Heute gibt es mal wieder ein saftiges FIFA 21 Pack Opening Ich hoffe, ihr habt Bock, Leute, es wird, es wird saftig Schmeckt, es wird sehr, sehr saftig, hoffentlich, ja, wir werden sehen, Leute Ob die Packs gleich schmecken werden, lasst gern ein Like da, Leute Macht die 1000 Likes für, ihr wisst es, bei 1000 Likes, ja, bei 1000 Likes Wird das Pack Baba, ja, ihr habt es in der Hand Also macht die 1000 Likes für, dann ziehen wir gleich ein saftiges Pack Ich will es doch offen Abonnieren, Vlog aktivieren, täglich einschalten Ich hoffe, ihr seid täglich am Start Würde mich sehr freuen, Leute Und wichtig, schreibt einen Kommentar für den Algorithmus Ihr wisst es, wenn die Videos besser angezeigt, wenn die Videos empfohlen angezeigt Können wir wieder durchstarten, ne, ich will es doch offen, Leute Schreibt gerne rein, was in euren Packs war Schreibt gerne rein, was euer bestes FIFA 21 Pack in diesem Jahr war Ich bin gespannt, wie wir lagen, ihr wisst Bescheid, was ihr gezogen habt Und gerne auch reinschreiben, ja, was wir jetzt gleich in unsere Pack ziehen Vielleicht rätst du der eine oder andere, ja Also schreibt gerne unten rein, euren Tipp, was wir gleich ziehen werden Ich bin gespannt, was drin sein wird, Leute, ja Ihr wisst es wie immer, checkt noch gerne meine Songs aus Till FIFA Gaming, Spotify, iTunes, Amazon Music und Co Überall, wo es Musik gibt, wisst ihr, schaltet gerne mal rein Ich würde mich sehr freuen, Leute, ja, wie gesagt, Till FIFA Gaming Abchecken auf allen Musikplattformen Hört mal rein, hört in mein Album rein, Leute Vielleicht gefällt euch der eine oder andere Song Ich würde mich sehr freuen, Leute, ihr wisst es, wir müssen Platz 1 Weltweit der monatlichen Streams werden, ja 50 Millionen monatliche Streams, damit gehen wir auf Platz 1, Leute Also ganz easy, ganz einfach, ja Pump die Songs auf Dauerschleife, wisst ihr, unten rechts in der Ecke Macht dieses Halbkreis, diesen Halbkreis, diese zwei Halbkreis-Pfeile da Oder was auch immer Einfach Dauerschleife, ne, und dann Tag und Nacht durchpumpen auf Am besten auf Mute Sonst geht es eurem Ohr danach ganz und gar nicht mehr gut, ne Ich danke euch dafür und Support, checkt auch noch gerne den Shop aus Ja, nice designs in schwarz, weiß, orange, blau, rot, grün Kisten, Tastentorbeutel, nice LED-Lampe, vieles mehr Gratis hier, ne, Autogrammkarte, die gibt es auch noch dazu Checkt es aus, gönnt euch was Ihr unterstützt mich damit, ich würde mich sehr freuen Dann würde ich sagen, starten wir ins Video, Leute Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran Let's go Ich hoffe, ihr seid ready Ich bin es nicht Wie immer bin ich nicht ready, weil ich genau weiß Ich werde jetzt in den nächsten, sagen wir mal Es dauert noch 10 bis 15 Sekunden Dann sitze ich wieder hier und bin völlig enttäuscht Der Klassiker, Digga Der Klassiker Let's go 3, 2, 1 Noch 10 Sekunden Noch 10 Sekunden, dann sitze ich wieder hier und bin enttäuscht Man kennt es doch Man kennt es nicht anders, Digga Man kennt es nicht anders von diesen Packs Ja, und jetzt bin ich schon enttäuscht Es waren nur 5 Sekunden, Digga Es waren nur 5 Sekunden Uruguay, Stürmer Ich dachte, Suarez, Digga Aber da ist ja Suarez, WTF Ich dachte, WTF, da muss Barcelona kommen Aber ist ja, Atletico Madrid, normal Ist ja Suarez, ist ja gewechselt In den Trikot bringt auch kein Packlack 7,80er wieder gezogen, ey Ich könnte kurz, Digga Ein 7,80er aus so einem Pack ist einfach bitter, Mann Er ist einfach bitter, Digga Seine Ohren sehen ganz kurios aus auf dem Bild Ja, deswegen hat er, glaube ich, den anderen immer die Ohren abgebissen Weil seine Ohren ganz kurios da geradeaus vom Bild aussehen WTF, Digga Der war neidisch Auch ein schönes, saftiges Ohr, Alter Hat er gesagt, Alter, wenn meine Ohren so kurios krumm sind Dann beiße ich den anderen auch die Ohren krumm, Alter Eiskalt Suarez 90 Schutze stabil Maschine eigentlich Richtig gut drauf bei Aletico Ich weiß auch immer noch nicht, warum Barcelona den abgegeben hat, ehrlich gesagt, ey Also bei Aletico zeigt er noch, was er drauf hat Auch Welt ist ja, ist gar nicht so, Alter Ich glaube, 31 oder so Aber es ist bitter, Digga Das Ding ist 87er, wie immer Ich sag's euch wie immer jetzt schon im Voraus Wird wahrscheinlich jetzt noch ein 86er drin sein Und dann 385er, der Klassiker 87er, 86er, 385er Das ist so ein Klassiker bei diesem Pack Das ist so ein absoluter Klassiker Und eigentlich komplett Katastrophe, wenn man ehrlich ist Also Wenn du ein 87er ziehst, dann ist eigentlich schon immer Wenn du ein 87er ziehst, kannst du eigentlich auch direkt ein 86er oder ein 85er aus dem Pack ziehen Weil das ist Gleichzusetzen, ey, ohne Scheiß Ist fast gleichzusetzen Immerhin noch ein 2. 87er Mit Di Maria und Piqué Immerhin 3 Walkouts Ich hätte gedacht, es wird jetzt wieder ein 86er und 3 85er Riccardo Pereira, ich ziehe ihn so oft in diesem Pack Das ist unnormal, Alter Unnormal Digga, immer ist Pereira am Start Di Maria auch noch am Start Naja, 2 87er Walkouts Naja Kann man jetzt, also Digga, ich kann das Pack jetzt nicht gutreden Was soll ich sagen, Digga? Was soll ich sagen, ich kann das Pack nicht gutreden Das Einzige, was man daraus ziehen könnte Und sagen könnte, okay 3 Walkouts 3 Walkouts Immerhin noch eine bunte Karte Special Karte Champions League Karte von Ikadi Ja Und mehr positive Sachen kann man aus diesem Pack leider nicht ziehen Ehrlich gesagt Also das waren schon alle positiven Punkte, die ich jetzt hier aus diesem Pack rausziehen Konnte, Alter Schade, schade, Alter Ey, ist so bitter, ne? Ohne, weil jetzt Das ist einfach bitter Das ist einfach bitter Das ist einfach traurig Ist einfach traurig zu sehen, ey Man wird so enttäuscht, ey Leute Das war's von dem Video Lasst ein Like, da lasst ein Abo Oder falls du nicht abonniert hast Kostens abonnieren Glocke aktivieren Tätig einsteigen Macht die 1000 Likes vor, Leute Checkt gerne den Shop aus Ihr wisst es Schreibt gerne auch wieder mal rein Was ihr gezogen habt, ne? Ich hoffe, es war besser Ich hoffe nur, es war besser als Juarez Und schreibt gerne rein, was euer bestes FIFA 21 Pack war insgesamt Ihr wisst es So, Leute Wir kommen zum Wo ist es? Wo ist es, Digga? Ich hab hier zu viele Packs noch, Alter Ich hab hier noch zu viele Packs Wo ist es? Hier 85er Pack, Leute Garantiert 5 Spieler 85 oder höher Ich will einfach nur am Team of Deer hoffen, Alter Oder auf irgendeinen Ja, sagen wir mal 90er Sagen wir mal 90er Plus Ist kein Team of Deer Oh mein Gott, das hat man schon gesehen In Brasilien ZDM Fabinho wahrscheinlich Ne, Real Madrid Oh, Casemiro Ja, okay Kann man mitarbeiten 89er Casemiro Oh, ist bitter, weil es blau wurde Ist bitter, ne? Aber ich hab's schon gesehen Bei den Team of Deers wird's ja hinten raus so ein bisschen lila Oh, das ist Das ist Das ist schade, Digga Das ist wirklich schade, ey Das ist echt schade, Mann Das ist wirklich schade Weil es hätte Oh, Mann, ey Es hätte Besser werden können, ey Na Wir gucken mal, was dahinter ist 3, 2, 1 Let's go Wenn's schon mal blau ist, ne? Weißt du? So, weißt du, was ich meine? Wenn's schon mal blau ist, ey Dann freut man sich auch Oh, Digga Dein Ernst? Och, komm, Alter 4,85er dahinter WTF, ey Oh, ey Das ist traurig, ey Das ist wirklich traurig Was soll's denn sowas? Ey, Leute Was soll's denn was? Das ist ein toller Arsche, Mann Das war's schon Von diesem Pack-Opening, Leute Ja, ich hoffe Ich hoffe doch Ich hoffe doch Dass es euch gefallen hat, Leute Ähm Wenn's euch gefallen hat Würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet, Leute Macht die tausend Likes voll Ihr wisst es Wäre fresh, wenn wir die knacken würden Falls ihr nicht abonniert habt Kostensabonnieren Glocke aktivieren Und täglich dabei sein Täglich einschalten Wäre ebenfalls fresh, ja? Und wie gesagt Schreibt gerne noch einen Kommentar Ist wichtig Dann werden die Videos empfohlen angezeigt Wären die Videos generell besser angezeigt Würdet ihr mich mit sehr unterstützen? Ja, für euch ist das Ganze nur ein kleiner Aufwand Also schreibt gerne Ja, einen Kommentar Was ihr aus euren Packs gezogen habt Was euer bestes FIFA 21 Pack war Schreibt's gerne rein Ich hoffe natürlich Es war was Saftiges bei euch drin Ich will's doch mal hoffen, Leute, ne? Ich will es doch mal sehr hoffen Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice, Leute, ja? Checkt die mal noch gerne jetzt Wenn ihr Lust habt Meine Songs habt Ihr wisst es Till FIFA Gaming auf Spotify iTunes Amazon Music Eine Ahnung Wo es überall Musik gibt, ne? Apple Music Was weiß ich Überall wo es Musik gibt Till FIFA Gaming Gerne reinhören Hört in mein Album rein Vielleicht gefällt euch der ein oder andere Song Es sind einige Songs jetzt online Ich würde mich sehr freuen Wenn ihr es mal abcheckt, ja? Wäre sehr, sehr nice Ich danke jedem, der da vorbeischaut Ihr wisst es Wir müssen Platz 1 der monatlichen Weltweiten Streams werden, ja? 50 Millionen monatliche Streams Kriegen wir auf locker Auf ganz locker hin, Leute Auf ganz, ganz locker, ja? Also Streamt auf Dauerschleife Wie mal unten rechts in der Ecke Halbkreis Pfeile anmachen Dauerschleife Und dann Dann gebt ihm, Leute Tag und Nacht Auf Dauerschleife Durchpumpen Ihr will es hoffen Wäre nice, ja? Wäre sehr, sehr nice Ich danke euch dafür Mails für uns Support Und nicht vergessen Checken euch die Nice Designs Gönnt euch In schwarz In weiß In rot In orange In grün Alle Farben Kissen Tassen Turmbeutel Nice LED-Lamme Und vieles mehr Gerne abchecken In meinem Shop Ihr unterstützt mich natürlich Mit jedem Kauf Gratis Autogrammkarte Gibt es auch noch dazu Abchecken lohnt sich Oder auch nicht Oder auch nicht Schaut gerne vorbei Wenn ihr Bock habt Würde mich sehr freuen Und ja Dann würde ich sagen War es das soweit Ich hoffe ihr seid auch Beim nächsten Video Wieder am Start Meistens um 18 Uhr Ihr wisst Bescheid Entweder 13 oder 18 Uhr Oder 12 oder Immer Entweder 12, 13 Uhr Oder 18 Uhr Eine von diesen Uhrzeiten Wird schon sein Also schaut vorbei Und dann sehen wir uns Beim nächsten Mal wieder Ich würde es hoffen Macht es gut, Leute Bis zum nächsten Mal Haut rein Und Tschau Tschau